Schaut mal, wo ich bin. Kennt ihr das? Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr wüsst, wo ich bin. Ich glaube, das Hotel dort ist sehr markant. Schaut mal, betreten verboten, schade. Eben war noch ein ganz tolles Panorama, jetzt wieder eine Wolke hier, schade. Die Skipiste hier hinter mir ist leider auch noch außer Betrieb. Das ist eine Bobbahn. Und hier können auch Gästefahrten stattfinden. Eine, fünf, sechs. Die Kurven sind so eng, da ist ja die Vorder- und die Hinterkurve ein Koppel, da ist ein Viergeländ dazwischen. Und auf Deutsch gesagt, ist das Vorderboot schon in der Kurve, während das Hinterboot einfach verwandt. Das ist das Problem. Es ist einfach, die Kurven sind zu eng. Du kippst das Ding ganz schnell. Hier ist der Start. Alles vereist. Hier ist Kurve zwei. Da sieht man noch mal das ganz bekannte Hotel in diesem Ort. Jetzt kann man noch mal ein bisschen sehen. Jetzt ist die eine Wolke wieder weg. Also wenn man das so richtig betrachtet, irgendwie verschandelt doch unser Lieblingssport schon ein bisschen die Umwelt, oder? Wow, schaut euch mal die Gegend hier an. Herzlich willkommen im Harz. Ist das nicht ein fantastischer Ausblick hier? Los geht's stickern. Begüß Um, zum nächsten Mal! intekel Begüß Whoa, Bethesda! Ähnlich. Toe Käst Käst Käst